Diese kriminellen Ärzte, da war ich wegen meinem Rücken beim Arzt, da meinte er, ich sollte mal über eine Darmkrebsvorsorge nachdenken. Nichts da, nicht ohne Durchsuchungsbefehl. Wo kommen wir denn hin, wenn die Ärzte jetzt auf einmal die Leibesvisitation selber durchführen, ne? Und dann vorher noch sechs Liter Salzwasser trinken, was soll das? Wenn hier einer einen abführt, dann bin ich das! Ich meine, wenn es um Darmkrebs geht, hört für mich der Spaß auf. Ich gehe zur Vorsorge, bevor es zu spät ist. Und die Vorbereitung ist auch kein großes Ding. Ich gehe zur Vorsorge, bevor es zu spät ist.